Wir gehen gleich rein in die Besprechung des ersten Falles. Zwei Kapitel, ein Fall, der im Band 97 angefangen wurde mit zwei Kapiteln und jetzt zu Ende gebracht wird. Und mehr Details dazu hat Olli. Ja, kommen wir nochmal kurz zurück auf Band 97, wobei wir dank der Inhaltsangabe das eigentlich gar nicht tun müssten. Aber gehen wir noch einmal zurück in diesen Band, den davor. Da war es ja so, dass Conan zu Professor Agassar bestellt wurde und eben sich sozusagen von hinten ins Haus schleichen sollte, weil Masumi vor dem Haus rumlungert und ja, anscheinend jemand beschattet. Und dann sagt Conan, dass sie vermutlich Ei beschattet, weil Masumi irgendwie spitz gekriegt hat, dass Conan vermutlich geschrumpft worden ist und dass auch Ei das sein könnte und dass ja deshalb irgendwie sozusagen ein Gegengift existieren könnte. Und deswegen beobachtet sie sie und ja, das wollen der Professor und Ei ja im Prinzip nicht haben. Wer will schon jemanden vor seinem Haus stehen haben? Und deswegen ja, soll Conan die eigentlich abwimmeln und ja, als er sich dann zur Tür begibt, ja, klingelt es oder beziehungsweise kurz vorher, weswegen er zur Tür geht. Dann ist es aber nicht Masumi, sondern Okja, der davor steht und der ganz viele Kirschen, soweit ich mich erinnere, wenn das die Jahreszeit war, dabei hatte und die mal wieder mit seinen Nachbarn teilt. Und dann ist eben auch Masumi mit ins Haus geschlüpft und ja, dann unterhalten sie sich halt erst über besagten Lackteller. Da hatten wir dann nochmal einen, ja, Rückblick oder eine Anspielung auf den damaligen Fall mit Sonnermond und Sternen. Da hat der Professor in dem Haus seines Onkels wohl einen Lackteller gefunden. Und weil in der Fernsehserie, ja, ein Lackteller sehr wertvoll geschätzt wurde, hat er den zum Gutachter gebracht und erzählt dann, dass eben, ja, drei weitere Personen einen anderen Lackteller halt auch hatten, aber ähnlich wie der im Fernsehen und deswegen den auch geschätzt haben. Und der Professor kennt den Gutachter und ja, dann wollen sie im Prinzip dahin und sich mal umhören, wie der Stand der Dinge ist. Und ja, alle in dem Haus begleiten sozusagen die Truppe auch, wenn Masumi erst sagt, nein, Ai und ich bleiben hier, aber dann, weil, wie gesagt, die Ai nicht möchte, dass Masumi sich mit ihr befasst, wollte sie dann doch mit. Und naja, wie es so ist, sie fahren halt alle dahin. Und als der Professor dann eben den Mann aufsuchen will, ja, findet er ihn blutend am Boden und dann will er, ja, die Polizei rufen, muss aber dafür aus dem Zimmer rausgehen. In der Zwischenzeit bringt der Täter dann sein Werk zu Ende, bringt den Mann um und ja, dann finden sie halt später den Gutachter tot auf und er hatte noch die Gelegenheit, den einen Lackteller mit einer Blutspur zu markieren. Und dann kommen Megurei und Takagi und sein gesamtes Team und auch die drei Tatverdächtigen, die eben besagten Lackteller von sich schätzen lassen wollen und die sehen halt alle drei gleich aus, haben, wie sich herausgestellt hat, alle eine Blutspur auf der Rückseite und ja, dann hat sich auch das mit dem Umdrehen des Motives irgendwie nicht so herausgestellt und deswegen, ja, ermitteln sie nun weiter und am Ende von Band 97 erwartete uns ein kleiner Cliffhanger, in dem Masumi Subaru darauf anspricht, warum er denn weiß, dass sie ein Mädchen ist, obwohl sie ja vorher in ihrer Motorradmontur da stand und das eigentlich nicht klar erkennbar war. und damit geht es jetzt sozusagen weiter, das Erkennungsmysterium wird aufgelöst und Masumi peinlich berührt dabei, weil Subaru anscheinend anhand der Hinternform von Masumi erkannt hat, dass sie ein Mädchen ist, weil die Hüften von Männern und Frauen unterschiedlich sind. Ja, dadurch verstummt sie dann erstmal und ja, wir bekommen dann noch einen kurzen Rückblick in, ja, die Jugendzeit von Shuichi und Shukichi und sehen dann quasi, ja, den Zeitpunkt, wo sie mit ihrer Familie nach Japan umziehen von England dann und ja, das ist sozusagen ein kurzer Rückblick und dann geht es eben im besagten Fall weiter, sie wollten eigentlich ja so einen Gutachter holen, der die Teller begutachtet auf die Echtheit, um den echten Teller und den Mörder zu finden, was aber nicht klappt, weil eben der Gutachter sind alle beschäftigt, können nicht kommen und ja, da müssen sie sozusagen selber herausfinden, ja, was denn, welcher der echte Teller ist und ja, stellen dann allerlei Ermittlungen an, kommen dann auch noch auf die Erfindung von Professor Agassar, das Hörgerät mit dem in Flügelform zu sprechen. Masumi stichelt nebenbei immer so ein bisschen bei Ei und möchte mehr über sie und eventuell das Gegengift herausfinden, was das ein oder andere Mal zu einer, ja, Konfrontation führt, sag ich mal und ja, dann spitzt sich sozusagen die Lage zu, auch was die Identität von Mary betrifft, wie wir ja in dem hinteren Einleitungstext schon gelesen haben und ja, dann kommt es halt dann am Ende so, ja, wie es kommen muss, der Trick wird sozusagen aufgeklärt, der Täter, wem denn der Lackteller gehört und wer der, ja, Täter in dem Fall ist, wird entlarvt und dann, ja, kommt Conan im Prinzip auch noch dahinter, wer denn, ja, Mary ist, kommt ihrer Identität auf die Spur und ja, damit geht es sozusagen spannend dann weiter, aber nicht in diesem Kapitel. Ich muss sagen, der Fall war sehr spannend und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß noch, als wir im letzten Jahr die Weeklys bestimmt haben, was ja der spannendste Fall und so war, konnte ich mich nicht ganz entscheiden, ob dieser Fall oder die verschneite Berghütte oder Kirche war es, glaube ich, was besser war. Auf jeden Fall war der Fall einer der Besseren. Hier hat mir sehr gut gefallen das Zusammenspiel zwischen Masumi und Subaru natürlich. Also das war hier so mit das Highlight, auch dass Conan mal ein paar Schlüsse gezogen hat zu der Schwester außerhalb des Territoriums, was ja schon jetzt eine Weile lang im Raum stand und natürlich, wie gesagt, dieses Zusammenspiel, wo sie dann noch so eine Fighting-Szene hatten oder wo Subaru sie dann so ein bisschen Hops nimmt von wegen, ja, mit deinem Hintern und so, wie ich sicher kann. Ja, hat mir ganz gut gefallen und wir müssen den Fall natürlich auch als Gesamtheit sehen, was noch in Band 97 war, wo ja natürlich auch einmal darüber informiert wurde, dass sie so ein bisschen jetzt ins Visier geraten ist von Masumi, dass er auch noch eine sehr wichtige Rolle spielt und ja, also insgesamt dieser Fall selbst ist natürlich jetzt ein bisschen flach, sage ich mal, aber hat da auch so seine guten Momente. Mir hat das gut gefallen, dass der Täter sein Werk nochmal zu Ende gebracht hat und, also, nicht für das Opfer, hat es mich nicht gefreut, aber es hat irgendwie nochmal so einen nochmal besonderen Charme gegeben und auch, dass der Täter dann mit seinem Motiv rausrückte und dann gesagt wurde, naja, den Teller, den sie haben, das ist auch eine Original-Fälschung, aber auch eine gute Fälschung, die sie auch hätten teuer verkaufen können und das Ganze alles irgendwie so ein bisschen wertlos war. Ja, also dieser Mord, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hat. Ja, das war alles eigentlich sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen und ja, bin sehr zufrieden gewesen mit dem Fall und ich weiß nicht, ich würde ein paar Kirschen vergeben, schon vier von fünf, fast fünf von fünf, aber eher noch vier von fünf, hat noch ein bisschen was gefehlt, aber war schon ziemlich gut. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen, ich fand das Zusammenspiel zwischen Subaru und Masumi auch hervorragend, ist ja so mit das erste Mal, wo sie aufeinandertreffen, auch diese ganzen, ja, Geheimnisse, auch mit, wie Masumi sich an Ei heranpirscht, obwohl heranpirschen hier wahrscheinlich eher der falsche Ausdruck ist, die Kampfszenen hattest du schon genannt, oder die Andeutung eines kleinen Kampfes und ja, den Fall an sich finde ich auch grundsolide und sehr gut. Ja, von daher kann ich hier getrost vier von fünf Fußtritten vergeben und ja, bisschen schade ist natürlich tatsächlich, dass der über zwei Bände aufgeteilt wurde, aber das kennen wir bei Detective Conan ja nicht anders und ja, tut dem Ganzen so ein bisschen den Abbruch, aber ja, wie gesagt, das ist halt Detective Conan-Style, dass die Fälle immer über zwei Bände laufen, meistens. Ich habe es ehrlich gesagt lieber, wenn so ein Vier-Kapitel-Fall dann irgendwie so in der Mitte 2-2 aufgeteilt wird, als wenn es irgendwie ist, dass ein Drei-Kapitel-Fall dann zwei im vorherigen Band oder eins oder wie wir es ja zum Beispiel auch in Band 97 hatten, dass ein Fünf-Kapitel-Fall vier Kapitel im einen Band sind, das allerletzte im nächsten Band, das passiert ja in Conan leider auch häufiger, das finde ich immer am blödesten ehrlich gesagt und hier so in der Mitte, ja, hm, natürlich auch nicht optimal, aber ich finde, das geht noch einigermaßen ganz gut. Ja, was ich noch anmerken möchte, weil das Philipp auch eben noch mal kurz angerissen hatte mit dem Anpirschen von Masumi an Ai, muss ich auch sagen, dass mir das sehr gut gefällt und auch wie genervt dann teilweise Ai war, also hier treffen zwei meiner Lieblingscharaktere aufeinander, das macht den Fall für mich noch mal ein bisschen besonders und ich weiß, dass nicht jeder davon Fan ist, wie Masumi sich da anstellt und wie sie da so aggressiv nachforscht, aber mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut und hat eine schöne Dynamik noch drin. Ja, ich finde Masumis Vorgehen auch nicht so gut, ich bin einer der Fans, die das nicht so gut findet. Hallo? Ach, wirklich? Ist das so? Ja, aber ich finde das in diesem Kontext besser als, also für mich als Leser jetzt vom Unterhaltungsfaktor her, finde ich das hier so besser, wenn das so ein Zusammenspiel ist mit zum Beispiel Subaru, der dann dagegen steuert und Aibara, die genervt ist und so und sich auch mal nichts von Masumi anhört, sondern so sagt, ja, hast du jetzt ein Problem damit, dass ich klug rede? Finde ich besser als zum Beispiel in diesem, eben am Schauspielfall, am Drehort, so Band 96 da, wo Masumi dann irgendwas macht und Con steht nur da, total schockiert, oh, was macht sie, oh, ich kann gar nichts dagegen machen. Das finde ich dann immer so ein bisschen nervig, weil ich denke, komm schon, mach doch irgendwas und lass sie nicht einfach so gewähren. Da finde ich das da hier von Unterhaltungswert, so für mein Amusement als Leser, das hier zumindest deutlich besser, weil da einfach eine gewisse Dynamik entsteht und sie nicht einfach was macht und Con dann mit diesem Geschockten so, oh, daneben steht und das alles sich von alleine irgendwie auflöst. Ja, also bei mir, ja, was heißt bei mir? Bei mir geht es eigentlich ähnlich, wie bei so manchen Fällen, wo sozusagen die Hauptstory mit integriert ist und wo dann so ein Fall eigentlich nebenbei läuft, weil, ja, ich finde den Fall mit dem Lackteller so und wie man das so erkennt und so, ja, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Schön fand ich, dass am Anfang eben auf den anderen Fall noch angespielt wird, dass man da noch eine kleine Leseanekdote hat, so, oh ja, könnte man mal wieder lesen, ist so und so viel Bände her. Und, ja, das ist die eigentliche Haupthandlung so mit Masumi, die da versucht, an das Gift ranzukommen und die verschiedenen Rückblicke halt so, auch wenn es so ein ganz kurzer in dem Flugzeug war, so mit der Familie Akai und dann eben am Ende auch nochmal, wo dann sozusagen wieder die Spannung gesteigert wird mit, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht und was Masumi als nächstes macht, fand ich spannender als den Fall an sich und, ja, deswegen, ja, weiß ich, also, wie gesagt, Haupthandlung sehr gut, will ich mehr von haben, auch gerne mehr von Familie Akai und von früher so. Ja, und der Fall an sich, ja, weiß ich nicht, fand, wie gesagt, hat mich nicht so wirklich mitgerissen, von daher würde ich mal so im Durchschnitt bleiben und drei von fünf Lackteller vergeben. Dieser Fall wird leider wie der gesamte Rest des Bandes von einigen unschönen Fehlern geplagt, auf die wir natürlich wie immer auch eingehen wollen. Da sind zum Beispiel so Fehler dabei wie etwa, dass der Fallcharakter als Opfer in einem Panel plötzlich mit CH geschrieben wird, anstatt mit SHI Nihitsu, statt Nishitsu unglücklich, oder dass zum Beispiel so ein Begriff wie Fotoshoot vorkommt, was es im Deutschen eigentlich nicht gibt, oder dann eben auch ein bisschen größere Fehler, die sehr ungünstig sind. Zum Beispiel ein Fehler, für den Edmund Mange nur bedingt etwas kann, ist, dass Subaru davon spricht, dass dieser Flashback im Flugzeug schon 18 Jahre her ist, was ja keinen Sinn macht, weil wir wissen ja, Koji Haneda wurde vor 17 Jahren getötet und eigentlich macht es keinen Sinn, dass die Familie Akai wegen der Ermittlung von Tsutomu Akai in dem Mordfall von Koji Haneda schon vor 18 Jahren aus England wegzieht. Dies war ein Fehler tatsächlich in der japanischen Magazin-Version, das war ein Tippfehler, dass da 18 statt eben 17 Jahre stand, was im japanischen Band 98 dann allerdings korrigiert wurde. Das heißt, dass das in der Weekly-Version, dass Subaru davon vor 18 Jahren spricht, war im Weekly nicht falsch, das war in der Magazin-Version Japan auch so. Die Japaner haben es dann im Band aber korrigiert, nur leider in Deutschland wurde das dann übersetzungstechnisch nicht nochmal angepasst, was sehr, sehr schade ist und auch schon bei Fans zur Verwirrung geführt hat, zum Beispiel mit, bei unserem Wiki steht ja drin, wie alt-schwede Chiang Kai ist, 32, wissen wir ja, weil es war vor 17 Jahren dieser Flashback, er ist da 15, also ist er jetzt 32 und dann haben schon Leute gesagt, hier, aber da stehen 18 Jahre drin und das macht ja eigentlich keinen Sinn, und dann mussten wir das erklären, warum das bei uns im Wiki richtig ist, also es gibt schon Fans, die dadurch verwirrt sind. Dann ist auch noch super ungünstig, als Subaru gegen Masumi kämpft, also beziehungsweise er weicht ja nur ihrem Kick aus, da sagt er, es steht jetzt unentschieden, wir hatten beide so ein bisschen Schuld. Und dann am Ende des Bandes, als es ist Fall, erinnert sich Masumi daran, wie Subaru von 50-50 spricht. Ja, 50-50 ist so ein Ausdruck von Akai, den hat zuerst, er hat zuerst als Subaru gesagt, zu Jodie damals im Kaufhausfall, wenn man sich da noch daran erinnert, da sagt er es hier zu Jodie, ey, wir hatten beide Schuld, hier ist 50-50, und in der scharlachroten Rückkehr erinnert sich Jodie daran, ach ja, 50-50 hat Subaru gesagt, das ist eigentlich etwas, was Akai immer gesagt hat, gut, in der Serie haben wir es bisher nicht gesehen, da will Glaubens-Jodie einfach mal, und dann in 1037, an dieser Stelle mit dem Kampf, sagt Subaru im Japanischen eigentlich auch, hier 50-50, was Masumi dazu bringt, dass sie sagt, hä? Und dann sagt sie eben auch, im Ende Kapitel denkt sie auch noch mal dran. Und das tut sie hier halt nicht. Und das war schon im Weekly so, dass sie am Ende von 1038 sich an einen Dialog von Subaru erinnert, den Subaru in der Deutschen 1037 so nie gesagt hat. War im Weekly so, haben Fels angesprochen, und offensichtlich ist es im Band jetzt auch so. Und das ist nicht optimal. Das ist eigentlich ziemlich schlecht. Wenn hätte man von Anfang an 50-50 schreiben sollen, da hat man natürlich das vielleicht noch nicht auf dem Schirm damals mit Jodie, als es da losging, aber dann hätte man, wenn, dann auch hier die Kontinuität wahren sollen, oder nicht? Also dann entweder da schon von 50-50 sprechen, so nah am Original, wie es eben geht, oder dann, wenn man halt schon von einer Mitschuld spricht, dass man dann auch später Mitschuld vielleicht noch mal reinbringt, als am Ende von dem Kapitel 1038. Ja, also dann hätte man da von einer Mitschuld sprechen müssen, oder halt bei beiden 50-50, aber so ist natürlich doch tatsächlich eher ungünstig, weil einem dann natürlich diese Anmerkung oder diese Warum stößt das jetzt auf Fragen bei Massoumi, dass das der deutsche Leser nicht nachvollziehen kann. Das ist natürlich, ja, ungünstig. Ja, ging mir auch so beim Lesen, weil dieses 50-50 ist ja ein, eine Sprechblase, ein großes Panel und so, das sticht einem ja wirklich ins Auge, und als ich das dann so gelesen habe, wie gesagt, wir haben es eben gehört, Subaru sagt das nicht, mit 50-50, sondern eben unentschieden, und dann steht da so groß, 50-50, und man denkt so, ja, und, was ist da jetzt dran? Also, versteht man halt in dem Zusammenhang nicht. Wenn er das vorher bei dem Kampf gesagt hätte, 50-50, dann hätte man direkt den Bezug gehabt. Aber so halt steht das einfach nur so da, und man denkt sich, ja, warum sorgt das jetzt so groß für Diskussion? Wie gesagt, das ist damals im Kaufhausfall, der ja so in Band 67 war, und dann später in Band 85, das mit aufgelöst wird, dass man dann, wie gesagt, ach Mist, damals haben wir dieses spezielle 50-50 anders übersetzt. Na, ist jetzt Pech? Okay, ne, kann passieren. Ist ja auch wirklich lange Zeit dazwischen, aber das ist hier ja wirklich ein Kapitel auseinander, und Egmont Manga kriegt die ja auch lange im Vorfeld, die Kapitel, und ja auch meistens ist der gesamte Fall ja schon vorhanden, bevor die Sachen rauskommen, und da hätte man das im Weekly schon machen können, aber jetzt spätestens im Band hätte man da noch mal drüber gucken können, weil, da kommen wir auch noch zu, zum Beispiel im nächsten Fall, es wurden ja tatsächlich zwischen Weekly-Version und Band-Version einige Dinge angepasst, nur eben hier leider diese Sachen nicht, und das ist einerseits für die Geschichte schade, und für den Lesefluss, ja wie gesagt, haben wir Olli ja gerade schon ausreichend dargelegt, dass es sticht einem einfach ins Auge. Ja, mir fällt jetzt auch gerade ein, wenn man das jetzt mal vergleicht, das letzte Panel im Band, wo es Subaru ja sagt, es steht jetzt für 50-50, du trägst also Mitschuld, wenn man das bei dem R direkt nach dem Kampf eingefügt hätte, dann hätte das auch wirklich ja Sinn gemacht, weil man so denkt, ja das ist exakt die Stelle, an die sie sich gerade erinnert, so, und das hätte einfach absolut gepasst, und ja, so passt es halt nicht, weil man so denkt, ja dann hat Subaru irgendwann mal gesagt 50-50, aber zu Masumi ja nicht, so, also, ja, sehr verwirrend. Also zumindest in diesem Kapitel hätte man das ja dann einbringen können, nach dem Kampf, dass Subaru sagt, es steht jetzt 50-50, meine Aussage hat dich verärgert, das tut mir leid, und so weiter und so fort. Das hätte man ja da einbauen können, damit es am Ende wieder gepasst hätte. Ja, eben, ja. Und ich finde mit können, also ich finde das hätte man, ich finde das kann man erwarten, dass das im Nachhinein spätestens angepasst wird. Das muss eigentlich sein. Ja, das erinnert mich sehr an das, was wir schon mal hatten mit der Zeichnung von Wakita, wo ja auch keine Korrektur vorgenommen wurde, in Japan, aber damals schon, das haben wir ja schon mal gehört, die. Ja, und wir hatten das ja auch in Band 95, dass das Alter von Elena und Azushi Miano im, beziehungsweise vor allem das Alter von Azushi im japanischen Magazin und Band dann ja geändert wurde, was dann ja im deutschen Band da auch nicht umgesetzt wurde, und das mit den aktualisierten Zeichnungen, das ist tatsächlich in diesem Band wieder so, da kommen wir auch noch zu, aber dann eben zum Beispiel sowas wie das vor 18 Jahren, auch, was auch nicht schön ist, ähm, ja, aber gut, es ist nur der erste Fall und, äh, auch leider nur die ersten paar Fehler.